Was Sie heute noch wissen müssen, erfahren Sie jetzt in unserem Nachrichtenüberblick. Ab dem 3. Mai werden in Niederösterreich weitere Buchungstermine für Corona-Impfungen gestaffelt nach Altersgruppen freigeschalten. Den Anfang machen Termine für Personen ab dem 50. Lebensjahr. Bereits eine Woche später, ab 10. Mai, sollen dann Termine für alle ab 16 Jahren zu buchen sein. Insgesamt werden 326.000 Termine freigegeben. Das kündigt heute die Landesregierung an. Geimpfte sollen frisch getesteten Personen gleichgestellt werden. Über einen entsprechenden Beschluss soll in einer für Montag geplanten Sondersitzung des Nationalrats abgestimmt werden. Damit können sich Geimpfte dann bei den anstehenden Lockerungsschritten Mitte Mai Tests ersparen. Beispielsweise bei Veranstaltungen unter Gastronomie. Die SPÖ soll bereits zugesichert haben, beim Antrag mitzustimmen, um die dafür notwendige Mehrheit zu erreichen. Im EU-Parlament wird heute über die Einführung des Grünen Passes abgestimmt. Für Geimpfte, Getestete und Genesene Personen soll dann ab Juni das Reisen ohne Einschränkungen möglich sein. Unklar ist noch, ob auch Impfstoffe, die bisher noch nicht in der EU zugelassen sind, im Grünen Pass aufgenommen werden. Wie etwa Sputnik V. In Sachen Brexit-Handelspakt hat das EU-Parlament bereits abgestimmt und diese mit großer Mehrheit zugestimmt. Das teilt Parlamentspräsident David Sassoli heute in Brüssel mit. Das Abkommen regelt, dass der Handel zwischen der EU und Großbritannien auch weiterhin zollfrei und ohne Hemmnisse ablaufen kann. Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise werden die österreichische Regierung zumindest bis zum Ende ihrer Legislaturperiode 2024 begleiten. Ab dem kommenden Jahr sei zwar mit einer Erholung am Markt zu rechnen, Defizite und hohe Arbeitslosigkeit werden aber bis mindestens 2024 andauern. Das geht aus dem Stabilitätsprogramm der Regierung hervor, das sie auch der EU übermittelt hat. Im vergangenen Jahr, genauer seit 3. April 2020, sind in Österreich zumindest 137 verschiedene Varianten des Coronavirus aufgetreten. Das hat die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit bekannt gegeben. Mit Abstand am häufigsten wurde die britische Mutation B.1.1.7 nachgewiesen. Es ist kurz nach 12 Uhr und das erwartet Sie in der kommenden Stunde in ORF3 aktuell.